Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Lego Star Wars und ja jetzt gibt's das Level 5, die Flucht vom Todesstern äh, das wird interessant werden da 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 ja eine neue Hoffnung da 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 ui wir rutschen da irgendwas herunter, oh wie cool oh ah, wo sind wir denn jetzt gelandet? bah ah der uns an der komischen der Flüssigkeit, weiß nicht, irgendwas Grünes das ist aber eklig sehr eklig hier, oh 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 nein wir werden gleich von den Wänden zerquetscht oh oh komm rettet uns, los ja steckt dein Ding rein hat sein Ding reingesteckt und hat uns gerettet, ja das ist doch eigentlich richtig gut hier so was können wir denn noch hier machen? ja, bauen das auf und dann scheiter! scheiter ach so, hab ich jetzt wen spiele ich jetzt eigentlich? ah ah oh oh okay ach so ja dann nutze ich mal den Schalter und gehe gerade hallo was haben wir denn da? den brauchen wir da ach da brauchen wir den, aber den habe ich gerade nicht zur Hand hallo? ah der ist cool, guck mal, dann kannst du die ganzen Leute hier abschießen, das ist geil das ist doch geil, ich mag es Leute abzuschießen, jetzt kriegen wir da so ein Stummtruppenteil juhu, wir haben einen Helm und jetzt, was ist das da? oh oh oh, da ist so ein, oh scheiße, jetzt hat der mir wieder mein Ding ins abgeschossen ach, toll toll, und da ist wieder so ein Darth Vader Teil ja, das sieht sieht ein bisschen so aus wie Darth Vader, finde ich, deswegen nenne ich das immer Darth Vader Teil ich betätige den Schalter hier nun und jetzt, was ist jetzt los? was ist jetzt los? ok und noch eine Stufe hallo? hallo? nein ach so, jetzt ist da so ein Teil ach so ja, jetzt benutze ich das doch mal mhm bin ich jetzt da runtergefallen oh, oh das ist natürlich nicht sehr praktisch hier sich in die ganzen Monstermassen zu begeben ja, das ist das ist nicht sehr vorteilhaft hier mhm haben wir denn noch hier so alles mal kaputt schießen hier da, da, da kann man da durch? kann man da durch? nein, kann man nicht schade ist aber recht schade ich schieße alles mal kaputt dann werden wir ja sehen, was ich hier machen muss vielleicht das da schieben oder? ah ne, da hast du einen Knopf guck mal da äh vielleicht das da drauf schieben ah ne oder ach, das da muss man bestimmt schieben ja, das muss ich auf den Knopf schieben ach, ja so geht das ja, immer logisch denken hier und jetzt? und jetzt? ach, jetzt kann ich da hoch, oder? oder? das kann ich ich kann da hoch, juhu wenn ich da oder? kann ich das? wenn ich doch mal mit meinen Sprungkünsten so weit entwickelte wäre ok, da kommt man dann doch nicht irgendwie hoch hm, also ach so ah ah, das muss man bewerten ach so, und jetzt? was ist jetzt los? äh toll, jetzt habe ich das gedreht und jetzt? und jetzt? habe ich den Knopf jetzt betätigt oder was habe ich jetzt gemacht? hm äh, kann die kann die höher springen? die kann noch schlechter springen äh? was mache ich jetzt? hm, verstehe ich nicht ich gehe mal wieder da hoch und kann ich den Knopf nochmal betätigen? bitte kann ich? ah, kann ich nicht man ihr seid aber gemein was ist das denn? ah ah gucke mal da ui, rennt mal da drauf los hallo? ach so kommen wir wir gehen da alle mal drauf äh äh Leute 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 ich möchte euch nehmen so dass ihr dann da drauf geht oh hä, wie soll ich das jetzt interpretieren? ok ja, da, da kann er nicht mehr drehen, aber da kann er zurückdrehen und dann ja dann können wir doch da drauf und die anderen können das drehen oh was seid ihr denn für Decken? ach dreht doch mal oder? muss da da drauf sein und dann drehen könnt ihr da eben mal drehen? warte F2 warte ich möchte kein 2 ok ich möchte doch kein 2 spielen äh ja, wir hätten das hier, aber die mache ich dann ich komme da nicht drüber dafür müsste ich aber schnell laufen aber das kann ich irgendwie nicht mh das ist jetzt schon doch dort kann auch nicht so toll springen mh was mache ich denn da? mh dö 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 oh 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 also ich müsste das er drehen gums hallo was hat der jetzt gemacht? ach warte 8 Ah, ja, der hat mir das ja vorgemacht. Ich muss das nach oben drehen. Und dann kann man mit diesem Teil, da wo der Chewbacca steht, kann man dann, ja, da rüberschwingen. Jetzt habe ich es kapiert, weil der hat es mir vorgemacht. Und das ist schon, ja, logisch. Ja, man sollte ja immer logisch denken, ne? Okay, jetzt haben wir da so ein Teilchen hier. Hallo, aus dem Weg! Sonst schubse ich dich kaputt hier. So, aus dem Weg! Oh, wohin? Oh, und jetzt? Oh, ja, da ist ein Auto. Ah, und jetzt? Ach so, das muss ich, glaube ich, benutzen, nur um damit Dingens zu fahren. Ah, uh, ich habe so ein Dingensauto oder was auch immer das ist. Ah, warte mal. Äh, oder wozu bräuchte ich das? Oh, ich kann halt nicht steuern. Ah, ich kann keine Autosteuern, Leute. Leute, ich kann keine Autosteuern steuern. Ah, guck mal. Also, damit kann man ja so schnell darüber fahren, wenn ich das Auto hier mal steuern könnte. Ah, ich kann keine Autosteuern, tut mir leid, ne? Ach, ja, weil das steuert sich auch irgendwie schwieriger als das andere hier. Guck. Ah. Komm, hallo. Ah, geh doch auf den Netzen drauf. Das Auto, das ist zu steuern, das ist irgendwie, ja, nicht so ganz einfach hier. Oh. Ja, müsst ihr mal selber steuern. Das ist nicht so wie bei den normalen Autos. Hier. Komm, fahr. Los. Ja. Uh. Ja, das war's. Ja, das war toll. Hier. Jetzt bin ich glücklich. Ja, jetzt bin ich glücklich, dass ich das geschafft habe. Ja, das war doch auch mal eine Erfahrung für sich. Oh Mann, jetzt bin ich da runtergestürzt. Ah. Ja, ja, da runtergestürzt, das kann doch mal jeder, aber, ne, das ist, das ist der da Dingens gefallen. Ja, auch ganz toll mal hier. Und was gibt's hier, wen bräuchte, ach, da bräuchte ich die Sturmtruppe, ach, dann muss ich, ich muss zurück und mir den Helm besorgen. Ja, ich besorg mir den mal. So. Oh, ne, muss ich ja, na, ja. Wo ist denn der Helm? Hier. Warte, was, was ist das denn da? Das kann ich nicht machen, ne? So. Ja, nicht ohne Grund, das ist irgendwo so eine Helmdinge, na, da, 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 hier hab ich eine Sturmtruppe. Die Sturmtruppe von Bjarne Boy ist unterwegs. Wui, jetzt, wie tatsam. Dann fällt man erstmal hin und dann denkt man sich erstmal, ach, scheiße, das hat mich auf die Fresse gelegt, aber das wird jetzt nix, ne? Ja, so ist das hier mit den Sturmtruppern. Ich bin eine Sturmtruppe, also lassen sie mich rein. Oh, oh, oh. Schönen mal töten, ja? Oh man, du hast mit meinem Helm weggenommen, du scheiße, das ist aber unfreundlich. Guck mal, da winken uns schon Leute. Können wir die nicht? Aua, tötet mich immer selber. So, ah, das da, so, kann, jetzt, ja, wie kann ich die Winkende Leute da töten? Ah, ah, winken der Leute, muss ich töten. Ah, hallo, hallo. Was mache ich damit jetzt? Hallo? Hä? Wollt ihr damit jetzt machen? Hä? Was mache ich damit? Okay, ich kann Winkende Leute stören. Ach so, die, die putzen das Fenster oder wie jetzt? Oder was machen die? Ach, ach so. Ah, attackieren mich die Winkenden Leute auch noch. Ey, war aber nicht so abgesprochen. Boah. Ja, deswegen töte ich die Winkenden Leute immer, weil, guck mal, wenn man denen hilft, dann töten die einen. Das ist so unfreundlich. Oh man, ich baue das mal zusammen. Oh, da kommt ein Blauer raus. Ah, da tippen wir mich wieder. Aller Töne. So, weggeschossen. Tja, ha, ha. Ich habe euch kaputt geschossen. So, habt ihr davon. Ach so, müssen wir eine Partnerarbeit machen? Ah. Hallo? So, jetzt aber. Düt, düt, schlagen wir die kaputt hier. So, meine Herzen möchte ich aber wieder haben. Naja, die knüpft man mir nicht so schnell ab. Was ist das denn da? Was ist das? Äh, muss irgendwas rauskommen, oder? Oder? Wieso kann ich den Schalter nicht betätigen? Wieso nicht? Der ist kaputt, oder wie? Und jetzt? Und jetzt? Mache ich mit einem kaputten Schalter. Ach so. Ah, ja. Man muss ja logisch denken können. Und zwar muss ich einfach dieses Ding da reinschieben. Ja. Einfach Ding reinschieben und zack. Der Schalter ist repariert. So. Ja. Düt, düt, düt. Ding reinschieben hilft ja immer. Egal bei welchem Problem. Hey. Hey. Mann. Guck mal, da kommen Plagetner, die mich abschießen wollen. Ja. Sind die weg? Sind die weg? Ich hab Angst. Ah. Okay. Hier ist keiner mehr, oder? Oder? Ich hab Angst. Ja, ja. Okay, nochmal ein paar Arbeiten. Hallo? Wo machen wir jetzt? So. Alle Lampen müssen gleichzeitig grün leuchten. Was ist das? Äh, was ist das denn jetzt? So. Toll. Nicht geschafft. Ich springe einfach mal darüber. Einfach mal abschießen, was da ist. Abschießen hilft auch immer. Das ist, ja, immer bestens hier. Bewegt die sich jetzt, die Plattform, oder? Ne. Was kommt da raus? Ja. Was ist das? Kann ich zusammenbauen? Ach, da ist ein Gegner. Ey. Ey, die hab ich gar nicht gesehen. Ja, und mich dann einfach von hinten hier attackieren. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja. Unfreundlich. Ey, da ist wieder einer. Zack. Gib mir dein Herz. Los. Hallo? Boah, die sind unfreundlich. Ehrlich. Ja. So unfreundliche Gegner hab ich noch nie gesehen. Und dann meinte er auch noch, mich verfolgen zu müssen. Ne. Hahaha. Das ist aber richtig und freundlich hier. Ja, Gegner, die mich verfolgen, sind sehr... Hallo? Verfolgt der mich einfach? Ja. Was bildet der sich denn ein? Denkt der er sein Gott, oder was? Also mich einfach hier stalken zu müssen, ist es doch hier wohl echt unter aller Müde. Ah. Hilfe, Hilfe. Schieß mich nicht ab. Nein. Hier muss ich öffnen. Bah. Oh, ey, ich dachte jetzt schon. Ich dachte jetzt schon, er schießt mich ab, bevor ich das da aufgemacht habe. Ey, das wäre jetzt aber der Hammer. Geht weg, ihr. Seid euch nicht da ab. Ja, ja, nervt mich. Ich hab Angst vor euch. Ganz ehrlich. Ey. Wo warst du denn da? Oh, Kopf ab. Und jetzt baue ich das am besten an zusammen... Oh. Jetzt habe ich die Tür geschlossen. Richtig gute Idee. Ja, eine richtig gute Idee, die Tür zu schließen. Aber das Herz. Ey, das Herz ist runtergefallen. Mann. Oh. Oh, der schießt mich einer ab. Scheiße. Der will mein Geld haben. Ah. Der will mein Geld haben. Scheiße. Dann baue ich das so auf. Ach, der ist schon tot. Ach, der ist schon tot. Das ist gut. Ey, das hat uns wieder runtergefallen. Das ist aber schlimm. Schlimm hier. Einfach die Herzen runterfallen lassen. Ja. Richtig schlimm. Oh. Ach so. Da geht der Mann dann wieder zurück. Und so. Habe ich mir gedacht. Ja. Ein Helm, bitteschön. Danke. So. Und jetzt gehen wir wieder da hin. Und hol uns uns... Ah. Wir werden beschossen. Ah. Hilfe. Nein. Ey, das waren 5.000 Euro oder so. Weiß ich nicht. 400.000. Das war aber... Also 400.000 Legosteine. Oh. Das war... Aber jetzt ein harter Schlag. Die sind alle da runtergefallen. Und man macht der Gegner nur einfach meine Dinge kaputt. Ne. Na. Na so. So unfreundlich. Komme ich jetzt da durch? Ne. Wie komme ich da durch? Ach. Da muss ich kaputt schießen. Und jetzt? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt gemacht? Hallo? Habe ich jetzt gemacht? War das? Okay. Han... Han Solo? Ah, nee, Han Solo. Ah, da muss ich kaputt schießen. Noch so. Ja, ganz leicht. So. Was haben wir da drin? Okay. Zwei von drei. Ah. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Sammeln war es mal. So, jetzt habe ich drei von... Ach. Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass es nur so was da geht. Ja, nur so ein Scheiß. So. Das brauche ich gar nicht. Das brauche ich doch gar nicht. Scheitern kaputt machen. Oh, oh, Scheiße. Ah. Oh Gott. Eine ganze Armee, die mich hier fertig machen will. Oh yeah. Das ist aber schwer. Ah. Ah. Ich klopfe mich hier mit den ganzen Viechern rum. Ah. Da beschießen mich auch schon wieder Leute. Ah. Aber wir sind doch hell. Und dann müssen wir auch mit den schärften Gegnern zurechtkommen. Ah. Ah. Aua. Ihr tut mir weh. Ah. Ja. Wir sind echt hartnäckig hier. Das muss ich schon sagen. Das spawnen immer wieder. Ja. Das ist auch nicht sehr toll. So. Ist das jetzt mal mit dem Spawn zu Ende? Oder muss ich hier noch 1000 weitere Spawn ansehen? Oder wie? Oh. Hallo, was bildest du dir ein? Das schießt mich nicht. Hallo? Äh. Hast du Probleme oder so? Ja. Er hat Probleme. Er hat leider Gottes Probleme. Ja. Also wer Probleme hat, der braucht mich gar nicht hier. Angreifen. Hallo? Äh. Spawn die immer wieder nach? Oder? Ich weiß gar nicht. Äh. Oder sind da irgendwo Kameras, die die spawnen lassen? Oder wie? Ja. Komm. Ja. Der eine Spawnpunkt ist schon mal zu. Ach so. Ja. Komm, mach hin. So. Ja. Das ist gut. Ja. Ja. Endlich. Ja. Das ist schön. Jetzt kann ich meinen Teil da in Ruhe zusammenbauen. Ohne, dass ich gestört werde. Ja. Das ist mal die Hauptsache hier. Ja. Also. Da muss ich jetzt, glaube ich, rein. Oder? Oder? Hallo? Hallo? Wo kommt der denn auf einmal her? Ja. Kommt wieder mal aus dem Nichts her? Dö, dö, dö. Ich möchte da durch. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Sorry, aber das weiß ich nicht. Oh. Kann ich da hochfliegen? Oder was ist das? Was ist das hier? Hallo, Mann. Ey, diese Viecher nerven echt. Diese Viecher, die sind so, 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 so nervig. Äh. So. Ah, jetzt brauchen wir wieder so ein Teilchen. Okay. Ach nee. Das Level dauert wohl länger, als ich gedacht habe. Aber dafür sind wir jetzt schon in Kapitel 4. Und das ist nicht mehr lang. Und du brauchst so knapp zwei Wochen. Dann ist die Reihe zu Ende. Und dann starte ich Chaos auf die Podia. Also Chaos auf die Podia. Nicht Chaos. Äh, was ist das in der Mitte? Wenn man da reinfällt, stirbt man, oder? Oder? Habe ich recht? Weiß ich nicht. Also ausprobieren möchte ich sie jetzt nicht gerne. Sonst habe ich gleich wieder meine Dingens verloren. Ah. Guck mal, da kämpft einer. Oh, das darf weiter. Und noch so einer. Ah. Das ist doch mal schöner. Da gucke ich zu. Ich bin zu. Schau. Kopfgeldjäger. Ich will auch Kopfgeldjäger haben. Sein. Haben. Oder was auch immer. Oh, ich will auch da rein. Hahaha. Ich will auch kämpfen. Mann. Mano. Oder? Oder? Mann. Ich möchte kämpfen. Ja. Ja. Und jetzt, was ist das? Ach so. Das muss ich von der anderen Seite ausschieben, glaube ich, da runter. Ach, ich kann da nicht rein. Das ist aber doof. Oh. Oh. Da will mich wieder einer umbringen. Das war klar. Hallo? Ich möchte das schön in Ruhe aufbauen. Stör mich nicht. Also, lass mich das aufbauen und ich lass dich am Leben. Okay? Gut. Ja. Ah ja. Da war schon keiner mehr. Das ist gut so. So. Ah. Da kommt ein Raumschiff. Oh. Das sieht gut aus. Ein Raumschiff ist immer gut. Soll ich jetzt da runterspringen oder was soll ich da machen? Ne. Runterspringen bestimmt nicht, sonst bin ich tot, ne? Äh. Stör mich nicht. Äh. Was störst du mich? Wo kommen die her? Wo kommen die her? Die seien sich irgendwo ab. Ja. Von da oder so, ne? Die seien sich da irgendwo ab. Aber von wo das weiß ich nicht, ne? Ich hab gewusst. Stürmtruppe, ne? Ja. Stürmtruppe. Ja. Ja. Und wo krieg ich jetzt so ein Stürmtruppendingen her? Hemdingens? Wo ist das? Bestimmt. Bestimmt da drin. Ja. Da drin bestimmt, wenn mich mal diese Kackviecher hier in Ruhe lassen würden. Hallo? Hallo? Kann ich jetzt mal in Ruhe hier gucken? Ich möchte hier in Ruhe gucken. Das kann man so schieben, oder? Oder wie? Wie macht man das? Hä? Na doch so ein Ärger macht, also. Da müsste es so eigentlich gehen, ne? Oder? Hä? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann uns ja Chewbacca da helfen. Kannst du uns helfen? Bitte, äh, hilf mir doch mal. Ja, weiß auch nicht weiter. Ach, warte mal. Hm. Vielleicht, was ist das da? Da reinspringen wäre jetzt keine gute Idee, ne? Ah, ne, da ist ja keine Rompfschufe. Aber es ist... Oh. Oh. Oh, ja. Da reinspringen war auch keine gute Idee, ne? Hm. Aber wo kriege ich jetzt meinen Helm her? Jetzt machen wir das mal, Leute. Da, 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 da. Meine Helm. Ich suche ihn schon seit Ewigkeiten. Da, da, da. Und kannst du das hier? Warte. Guck mal, die schieben ja irgendwas, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was. Der sagt ja immer, äh. Ja, und dann, weiß er nicht. Hä? Wie macht der das? Guck mal, das so ein blaues Teil, ne? Und dann. Oder muss man das so beschießen, irgendwie? Muss man das beschießen, oder? Wobei, kann es auch vielleicht J drücken, oder? Ne. Hä? Was muss ich da machen? Hilf mir. Hilf mir. Nein, Hilfe. Ah! Ah! Hat man gesagt, das muss man schieben? Ja, hab ich doch gesagt! Ah. Ja. Ich hab gesagt, man muss schieben, aber wie, das hatte ich dann nicht so rausbekommen, weil die haben ja so ärger geschrien, also muss man ja schieben. Könnte ja auch ein Beweis für was anderes sein, aber nein, das machen die hier nicht. Es ist nicht so ein Spiel, wie Bayonetta, so ein Pornospiel ist, ne? Also, ja. Ja, so, 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 so versaut ist das Spiel ja auch nicht. Ach so, das ist hochgekommen. Ah, jetzt kann ich wieder mit diesem tollen Auto hier fahren. Ach, toll. Toll. Fahr da durch. Oh, ich bin fast wieder da reingefallen. Oh, toll. Tolles Auto hier, oh. So, falle ich jetzt schon mal rein. Ah je, ich kann das nicht steuern. Ich kann kein Auto fahren, Leute. Ich sag's euch nur. Ah! Ah, da ist es nicht weiter rein. Das ist das eigentlich von einem Auto. Ich falle gleich noch rein. Wobei, wenn ich da mit dem Auto reinfalle, ist das nicht sehr toll. Das ist nicht sehr toll. Äh, wie steuert man das, Mann? Ach je. Und dann noch so an, so scharf an diesem Gelände dran. Ach. Äh, wir steuern das Auto. Da. So. Vorwärts. Vorwärts, ne? Geht so. Ah! Nein! Mann! Ah! Scheiße! Was für ein Auto? Ich kann nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Ich. So, ne? Ach. Ja, wenn das zum Beispiel jetzt mal Dingens wäre. Oh, scheiße. Scheiße, was ist denn mit unserem Auto? Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon, unser Auto wäre weg. Dann hätten wir aber ein richtig gewaltiges Problem gehabt, ne? War ich jetzt nur mal so anmerken, wenn das Auto weg wäre. Dann wäre hier aber was los gewesen. Dann. Ah! Mann, ey, ich habe Geschicklichkeitsspieler. Ich muss nicht mit meinen Fingern immer so geschickt sein. So. So, fahr da drüber. Los. Oh! Hallo! Oh! Fahr da drüber. Ich war nicht schnell genug. Nein! Ach, ich war wieder gestorben. Was ist das? Ich raste gleich aus. Ja, nicht. Ich raste gleich aus. Du, du, du. Wir fahren mit dem Auto. Und das Auto. Ja. Das ist nicht sehr einfach zu steuern. Warte. Ach, Leute, ich kann das aber. Ah, scheiße. Jetzt fall ich da auch noch runter. Nein. So, warte. Wie geht man nochmal zurück? Wie geht man zurück mit dem Auto? Irgendwie kann das nur vorwärts fahren, oder? Oder hab ich so das Gefühl? Ich glaube, das kann nur vorwärts fahren, oder? Oder? Zurückfahren kann es nicht. So, wenn ich jetzt... So, schnell genug. Ach, toll, kacke. Toll. Ja, das Auto kann nur vorwärts fahren, ne? Das ist doch doof. Du, 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 du. Los, fahr da rüber. Ja! Ach, endlich. Endlich. Och, ey. Und jetzt? Ah, nee. Nein, ich möchte nicht dingensen, sondern was muss ich denn jetzt machen? Ah, ja. Krieg wieder der Gegner. Oh, endlich ist es geschafft, aber heute. Ich habe schon richtig dingens gekriegt. Panik, boah, ey. Ja, das Auto wird mich nervös gemacht. Das war unfair. Ja, richtig unfair hier. Warte, braucht man da oben nicht diesen C3P oder so? Weiß ich nicht. C3P oder so? C3P oder so? Ja. Komma mit. Äh, tja. Dsch, 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 während der anderen kämpft, geht der mal nach da oben. Vielleicht gibt es da ja was für dich, ne? Ja. Dsch, 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 dsch. Dsch, 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 dsch. So. Und was gibt es da schönes? Oh, das kommt noch weiter höher. Ja. Hahaha. Und jetzt? Ja. Hallo? Attackier mich nicht. Was ist das? Oh, so Kopf geht dir hier. Wo ist denn das vierte jetzt? Hallo? Ja, ich werde nicht attackiert. Äh, das kommt nicht in Frage. nein ich bin nur eine roboter verfolgt mich nicht hier ja jagt mir keine schrecken ein und den haben wir hier und so drücke ich das mal jetzt kommt es doch ja es ist ganz oben ja es ist um endlich wie komme ich jetzt da rein das ist aber und praktisch hier ja dann muss ich die halt alle töten oder ich lasse mich töten das geht auch das ist nicht der vorteil habe ich erst mal mein ganzes geld bevor ich das level der ende auch toll mal wieder mal wieder richtig toll von mir kommen ich da rein ich möchte da rein bitte ich möchte da rein ja oder muss ich die erst mal hier alle kaputt klopfen oder wie hallo ich verliere mein geld nein ein schönes hart verdientes geld okay jetzt bin ich alleine oder oder doch nicht doch nicht alleine wenn man es glaubt stimmt ist man halt verloren hier komme ich da wie komme ich jetzt da rein frage ich mich jetzt alle hier töten das hat es gebracht schön schön das hat es endlich gebracht so jetzt kann ich da rein und mein level hier beenden hoffe ich dann doch mal guck mal da oben kämpfen darf weiter und ich weiß nicht wie der andere heißt ja oh 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 nein er ist tot oh nein oh oh ja dann sieht man mal wie da Feuerwehr ihn getötet hat sehr traurige geschichte habt ihr doch gerade hier gesehen ja also er ist einfach gestorben worden ja gestorben worden das ist doch ein tolles wort hier ja er ist von uns gegangen es tut mir echt leid ja ich konnte daran nichts ändern aber ja ich durfte ja nicht gegen Darth Vader kämpfen also deswegen konnte ich daran ja auch nichts ändern also wenn ich gegen ihn kämpfen dürfte hätte ich daran was geändert ja und in Kapitel 6 haben wir den Rebellenangriff das müsste ja wieder ein Bosskampf sein und dann sehen wir uns dann in Kapitel 6 wieder ja 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 ja